Heute ist der 24.05.2014. Es ist Samstag und ich bin mit ein paar Kumpels auf der Insel Rümme. Heute werden wir den Strand hier so ein bisschen abfahren. Wir haben ein Bombenwetter. Wir werden heute noch richtig Spaß haben, schön driften und beim Baggerie waren wir auch schon gewesen, haben Krebeschnitten gegessen. Der absolute Kracher. Ja, ich freue mich und Alex, Stefan und George, wir werden hier richtig viel Spaß haben.